Herzlich willkommen zurück zu Black Mesa, liebe Retro-Freunde. Weiter geht's. Wir schauen mal, was uns da unten oder da oben erwartet. Erstmal natürlich eine Ladesequenz. Ich denke, so langsam kommen wir auch ins nächste Kapitel. Wahrscheinlich ist das jetzt sogar der Beginn des neuen Kapitels. Das heißt, ich denke, dass uns jetzt langsam dieser Bürokomplex, dieses Bürokomplex-artige Level erwartet. Ah, ja, 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 ja. Das kenne ich doch noch von früher. Da sollten wir uns besser fernhalten. Gehe ich mal schwer von aus. Kommen wir hier rein? Ne, okay, alles klar. Da wahrscheinlich auch nicht, oder? Hm, das ist mir ein bisschen zu heiß. Wir schauen uns erstmal in die Richtung um. Zieh an, da leben ja noch welche. Nicht mehr lang, wie es aussieht. Na komm, mach die Tür auf, Alter. Haben sich einfach verpisst. Gut, muss ich wahrscheinlich doch durch den Dregander krabbeln. Das ist alles Panzerglas. Na gut, okay. Einmal gespeichert. Und ab ins Vergnügen. Ich würde sagen, erstmal hier lang. Da hinten sitzt er. What? Okay, wir schauen mal sozusagen mit. Hm, der will also hier sitzen bleiben. Na gut. Na, der wird uns wohl nicht helfen können. Schauen wir hier hinten rein. Aha, okay. Damit haben wir dann da draußen die Elektronik abgeschalten, nehme ich an. Und dann können wir da auch weiter. Ach du Scheiße. Lass mich in Ruhe. Okay, gibt es sonst hier noch irgendwas von Interesse? Lass es schmecken, Kumpel. Dank Würden. Okay. Jetzt können wir hier wohl durch, aber ich schaue trotzdem nochmal, wo uns der Gang hier in die Richtung führt. Irgendwas wird da schon kommen. Hm. Okay, hier geht es nicht lang. Oha. Uh, okay. Hm. Muni. Achso, okay. Da oben geht es noch weiter. Hm. Zu. Hier können wir auch nicht rein. Hm. Können wir die Bretter zwar wegschlagen. Okay. Also nur hier die Energiezelle und die Muni. Ich nehme an, dass es da nicht weiter geht. Hier wohl auch nicht. Okay. Keine Chance. Alles klar. Dann wissen wir Bescheid. Kriegen wir hier wieder zurück. Und schauen mal, was uns da vorne erwartet. Okay. Okay. Hier durch die Scheibe durch. Die Musik verrät uns doch wohl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ah, okay. Von dem Wasser sollt ihr mich wohl fernhalten. Hier draußen passiert allerdings nichts. Okay. Okay. Dann machen wir da mal einen Blick rein. Kommt wir nicht rein. Wow. Okay. So weit zu gut. Okay. Und wir müssen uns mal um den Kollegen hier kümmern. Oh. Dump the headcrabs. Das ist auch eine Einbahnstraße. Sackgasse meint die natürlich. Ein bisschen Muni hat es gegeben. Hier kommen wir auch nicht direkt rein. Das ist eigenartig. Ich hatte schon erwartet, dass man hier reinkommt. Naja, also ich schätze mal, dass wir halt in diesen Raum hier rein müssen und dann irgendwie über die Schreibtische drüber hüpfen. Schauen wir aber gerade mal, was hier hinten kommt. Na ja, verrenne. Ach cool, da kriegt die Springplanlage an. Alles klar. Können wir uns die Muni sparen? Können wir. Nice. Also, dass wir von dieser komischen Jalousie hier abgehalten werden, da reinzukommen, finde ich ja schon ein bisschen fragwürdig. Aber okay. Keine Chance. Hier kommen wir rein. Äh. Aber das war es auch schon. Zu, 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 zu. Aha, okay. Hey, hey, over here! Whoa! Ein Security-Hanny. Buggers lacht auf meine Freunde. Wir müssen das Ding weg, bevor... Hey, gute Nachricht. Ja, wenn du mich hier reinlassen würdest, fände ich jetzt ganz nett. Hey, hey! Was zur Hölle? Geh weg von mir! Rechnen wir den mal. Danke. Ich erhne dir einen. Ja, kannst du laut sagen. Hier, lass mich das öffnen. Ich, äh... Supplies in the back. Das ist doch Musik in meinen Ohren. Gut. Alles klar. Gut. Whoa. So, wo sind jetzt die Supplies? Munition. Ooh, nice! Okay, die zweite Handfeuerwaffe. Schöne Cold Python, nehme ich an. Können wir hier einen auf Rick Grimes machen. Staff and thanks. Okay, das war's. Okay, ich werde dich aufhören. Ah, okay, den kann ich mitnehmen. Finde ich gut. Wow! Ah! Ja, die hat schon Wumms, die Wumme. Allerdings haben wir auch nicht viel Muni. Deswegen bleibe ich mal bei der Glock. Vorerst. Ich hatte ja ein bisschen auf die Schrotflinte gehofft an dieser Stelle, aber... Die Cold nehme ich natürlich auch gern mit. Dann schauen wir erstmal hier runter. Ich muss halt auf jeden Fall nochmal zurück in diesen einen überfluteten Raum. Gehe ich schwer von aus. Da denke ich schon, dass wir da noch irgendwas Wichtiges machen müssen. Also hier geht's auch definitiv erstmal nicht weiter. Gut, dann laufen wir mal zurück zu diesem komischen Büroraum. Sofern hier nichts mehr ist. Ne, okay, alles klar. Let's go! Security Heini nehmen wir natürlich mit. Und ich glaube, ein Quick Save wäre hier nicht die dummste Idee. Ich sehe mich hier schon wieder sterben. Geht eigentlich. Man stirbt also scheinbar nicht sofort, instantan, wenn man das hier berührt. Das freien mich nur, was ich hier machen soll. Ah, okay. Ich verstehe. Sonst gibt's hier wohl nix. Keine Goodies, keine Geschenke. Dann schauen wir doch hier mal weiter. Hm, nice. Äh, okay. Muss ich irgendwie außenrum. Ah! Ah! Äh, ah, okay. Alles klar. Hier bin ich also jetzt. Und von hier komme ich auch in diesen Raum rein. Munition. Dankeschön. Katzenbild. Ich glaube es ja nicht. Schrödingers Katze. Natürlich. Großartig. Sonst gibt's hier nischt. Dann kommen wir jetzt hier wahrscheinlich auch rein. Alles klar. Das Rätsel löst sich. Äh! Keine Geschenke für uns. Sehr bedauerlich. Es geht ab. Kommst mit? Ich glaube schon, dass der noch in diesem Follow-Modus ist. Ja. Okay. Okay. Ich kann nicht schaden, ein bisschen extra Firepower zu haben hier. Lass mal denen mal ein bisschen die Arbeit machen hier. Spart uns ein bisschen Muni. Sieht ganz so aus, ja. Okay. Room clear. Hm. Okay. Scheint nicht zu funktionieren. Toiletten bringen uns auch nichts. Jetzt können wir hier aufmachen, aber das scheint uns hier hinten auch alles nichts zu bringen. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ah, hier geht's hoch. Okay. Alles klar. Ne, warte. Hier sind wir doch hergekommen, oder? Bin ich jetzt bescheuert. Ach, ne. Doch nicht. Ah, okay. Okay. Das sieht schon besser aus. Vermute ich auch mal, dass es hier hinten irgendwie weiter geht. Hehehe. Wow. Hier hat er ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Scheiße. Nehmen wir mal die dicke Wumme. Fuck. Ah, mit der kann man jetzt auch über die Iron Sights ziehen. Habe ich ihn? Sieht so aus. Ja, er hat's auch nicht überstanden. Hm. Sieben Schuss noch. Okay. Schauen wir erst mal da hoch. Hm, da ist ein bisschen medizinische Hilfe. Brauchen wir jetzt nicht wirklich, aber schadet nichts, das wieder auf 100% zu filmen. Hier aber was zu holen. Nope. Kann man den da runterschieben? Äh, ne. Okay. Dann schauen wir erst mal dahinter. Die Qual der Wahl. Okay. Damit schließt sich der Kreis quasi. Dann dürfte der doch jetzt auch wieder uns hinterher kommen. Alright, let's go. Alright. Okay, dann ist die Sache ja klar. Wir müssen irgendwie dahinter und dann da hoch. Scheint wohl zu stimmen. Kurz nachgeladen. Aha, okay. Wir sind also nicht alleine hier. Friendly. Ich soll vorgehen, ja. Du hast die dicke Wumme und ich soll vorgehen mit der Glock. Alles klar. Feige Sau. Entschuldigung. Headcrabs. Okay. Blue Screen wie üblich. Nichts zum Einsammeln. Das ist blöd, die Tür zu öffnen, oder was? Mann, Mann, Mann. Einmal mit Profis arbeiten, ey. Der sieht auch nicht mehr gut aus. Hupp. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Dann. Hier entlang. Sorry, Leute. Nix zu machen. Power 70%. Zu. Hier gab's auch nichts mehr zu holen. Dann geht's hier weiter. Wow, okay. Langsam werden wir ein bisschen aufdrehen, meine Kollegen. Ui, fuck. Hat's die jetzt beide erwischt? Hätten wir ja wenigstens seine Mundi droppen können. Wo ist denn der andere? Die waren doch gerade noch zu zweit. Hat's den hier irgendwo zerlegt? Ach, der traut sich gar nicht weiter, oder was? Interaktion nicht möglich. Ja, dann bleibst du halt hier. Viel Spaß! Okay, der gibt mir ein bisschen Mundi. Nichts zu holen hier. Schauen wir uns erst mal ein bisschen um hier. Ich zünd' dich an! Scheint regelrecht wütend zu sein hier, der Kollege. Es sieht schon gut aus, oder? Es sieht wirklich gut aus. Da kann man doch nicht meckern. Hier fällt mir. Aber... Scheint's vorerst auch nicht weiter zu gehen. Wobei's schon irgendwie so aussieht, als könnte man hier rein. Ah ja, sieh an. Feiger Hund. Ja, kann schon mitkommen, also... Kein Problem damit. Ja, dann folgen Sie mir mal, junge Dame. Kommt ihr? Jo. Das ist zwar eigentlich, was mir das bringen soll. Bewaffnet ist ja offenbar nicht. Aber vielleicht hat sie irgendwelche Zugangscodes oder dergleichen. Sollt natürlich schauen, dass die jetzt nicht unbedingt ins Gras beißt hier. Da kann man nicht rein. Na, hier noch irgendwas. Ja, Muni. Dankeschön. Kurzes Quick-Safe anlegen. Hm. Schlückchen Wasser. Geht nicht. Okay. Schauen wir da gerade noch rein. Ich glaube, da war ich noch nicht drin, oder? Äh... Nichts. Das Clou müsste ich ja schon langsam mal... Hm. Der Rechner läuft noch. Zumindest der Bildschirm schon, oder? Obwohl das Ding gar nicht verkabelt ist. Wie unrealistisch. Okay. Dann geht's offenbar hier weiter. Der scheint's zu gewallen, ja? Freut mich doch. Freut mich doch. Wenn ich sie unterhalten konnte. Ich hätte jetzt gesagt, dass es hier dann vielleicht zum nächsten Abschnitt geht, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Kannst du hier aufmachen? Ne, jetzt bleibt sie wahrscheinlich stehen, oder? Ja, okay. Nehmen wir sie trotzdem mal weiter mit. Leid die Weg, Gordon. Und... Wir gehen weiter hoch. Nehme ich an. War aber noch platt nicht, dass die... junge Dame da reinrennt. Aha, noch ein Kollege. Soldaten, okay. Na, ob die hier sind, um uns zu retten? Das darf jetzt mal stark angezweifelt werden, ehrlich gesagt. Das darf angezweifelt werden. Okay, und ich sehe schon, wir sind gerade am Ende einer Folge. Dann nutzen wir doch diese Ladesequenz hier, um die Folge zu beenden. Ja, wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn ihr wollt.